Hör dich nicht. Gleich. Spongebob Schwammkopf. Überraschung. Was war das? Der neue Sonntagnachmittag wird einfach... Super, 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 super. Es wird super, super spannend. Freut euch auf Superpremieren unserer Live-Action-Serien. Super, super, super. Super, ich bin schon recht aufgeregt. Die besten Shows. There is slime everywhere. Und die tollsten Animationsserien. Oh yeah, oh yeah. Wow, ich bin dabei. Ja, super. Und wann es jetzt losgeht? Nick's Super-Sonntag. Sonntags ab 17.20 Uhr. Nur bei Nick. Und bitte. Die neuen Folgen von den Lauts sind da. Dann kann die Party ja losgehen. Freut euch auf viel Spaß mit eurer Lieblingsfamilie. Bis später. Willkommen bei den Lauts. Die neuen Folgen. Heute 18.40 Uhr. Nur bei Nick. Wusstet ihr, dass eine Menge Alltagsgegenstände ursprünglich für die Raumfahrt erfunden und weiterentwickelt worden sind? Die Technologie von Handykameras gibt es zum Beispiel nur, weil man für die Raumfahrt Kameras erfinden musste, die nicht so schwer und so groß waren wie die hochauflösenden analogen Kameras. Wenn ihr also nächstes Mal ein Selfie macht, denkt immer daran, ihr benutzt Weltraumtechnik. Dieser Weltraumfakt wurde dir gesendet von mir, Aimo. Mrs. Griffin, ihr Gatter hatte einen Schlaganfall. Die linke Seite seines Körpers ist vollständig gelähmt. Family Guy täglich 20.15 Uhr. Alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain! Oh, wer wohnt denn nacheinander's ganz tiefem Meer? Sponch, 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 Sponch. Wir sind noch pazifisch, wenn Blödsinn euch steht. Dann schminkt euch am Deckel, kommt ja nicht zu spät! Und alle! Spongebob, Spongebob!